Zeit fürs Mittagessen. Ich habe die Ausnahme bekommen, dass ich das Telefon brauchen kann. Eigentlich ist Handyverbot, um euch zu zeigen, wie ihr was essen und was sitzen. Das ist der Stuff-Tisch. Und weiter hinter sind dann die Spieler, die alle zusammen sitzen. Das ist ein Moment für uns zu nehmen. Zusammen sind gute Sprecher. Wir wünschen euch einen guten Tag.